Was ist die Nervosität? Hore Nervosität. Ich glaube, das hat mir auch ganz gut angesehen, dass ich so nervös war. Aber ich bin froh, dass ich ein bisschen spielen konnte. Ja, na klar bin ich mit meinen Leistungen kritisch, weil ich es im Training eindeutig besser mache. Aber ich hoffe halt einfach nur, dass ich trotzdem mehr und mehr Zeiten bekomme. Es bringt jeden weiter zu spielen, weil Training ist eine komplett andere Situation. Und ein Spiel ist natürlich halt auch ein gewisser anderer Druck, der auf einem lastet. Ja, wie wir vor zwei Tagen gesprochen haben. Ich glaube, das war der Plan für die ganze Woche. Unsere Intention war, dass wir zwei Teams balanzieren. Und die Zeit für alle. Und sicherlich versuchen, nicht zu verlieren, die Qualität auf der Zeit. Weil, in der Endeffekt, man kann nicht so relaxieren. Ich glaube, der Plan funktioniert gut. Tati hatte ein tolles Spiel im Attack. Sie braucht auch Zeit, um ein bisschen zu spielen. Sie ist ein bisschen zu recuperieren. Und ich glaube, es war gut. Ich glaube, auch Nathalie, dass sie nicht so viel Zeit für die Zeit. Sie hat gut gespielt. Ich bin sehr glücklich. Ich bin sehr glücklich mit diesem Wochenende. Ich bin sehr glücklich mit dem Wochenende. Vielen Dank.